Herzlich Willkommen auf meinem Kanal RitoVapetream. Heute ein neues Video. Heute geht es um eine geregelte Box. Man staure und höre Box, Box, Bobox. Unglaublich. Es ist eine Box, wie gesagt, eine geregelte mit 2x18650er. Das Vorgängermodell kam im letzten Sommer, glaube ich, raus. Auch 2x18650er, die IPV4. Dieses schöne Gerät, man kennt das vielleicht im Akkufach hier. Die Firma Pioneer4U, heisst das, hat auch so eine IPV Mini immer ausgegeben. Da gibt es jetzt noch eine ältere. Da gibt es auch diverse Modelle. Und jetzt gibt es die IPV5. Dieses schöne, schicke Teil. Ja, was kostet die IPV5? Die IPV5 kostet in der Schweiz 980,90 und in Deutschland 64,90. Ja, ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr gross rum. Gehen sofort in die Detailansicht, dann könnt ihr dieses schöne Ding mal im Detail sehen. Nämlich. Tschüss, bis später. Ja, herzlich willkommen in der Detailansicht. Das ist die IPV5 in ihrer ganzen Pracht hier, wie Sie sehen. Was haben wir hier? Wir haben 2x18650er. Wir haben bis 200 Watt im Power-Modus. Wir haben einen Temperatur-Modus mit Titan, Nickel und Stainless Steel. Wir haben hier unter einem Mini-USB, wo man das Ganze natürlich aufladen, aber auch mit Update-Möglichkeit hat. Wir haben den 510er, der ist gefedert, hat verbaut, einen IE-SX300-Bindestrich 200-Chip verbaut, hat ein OLED-Display. Ich kann jetzt schon sagen, die Haptik, die hier abgerundet ist, also vorne und hinten abgerundet ist, liegt die sehr, sehr gut in den Händen. Das ist eigentlich wirklich, wirklich sehr bequem. Egal, ob ihr sie so haltet, den Feuer-Button von vorne haltet oder ob ihr sie so haltet und ihr mit dem Daumen feuern wollt, wirklich, Haptik ist genial. Die Optik, das muss sich jeder selbst entscheiden, aber einem die gefällt. Mir gefällt sie so ein bisschen Future-mässig, so ein bisschen UFO-Style-mässig. Wir haben hier so Sachen eingraviert, auch auf dem Akkudeckel, das ist der Akkudeckel, der hält, das passt. Wir haben, wenn man den wegnimmt, sieht man das hier, hier oben eine Einsparung, hier unten eine Einsparung und hier am Akkudeckel natürlich der Gegenpol, also der Akkudeckel hält. Die Pins unten für die Batterie zum Einklemmen, die sind gefedert, das heisst, die gehen sehr leicht rein, das passt so weit und snap und hält, also hier kein Spiel. Wir haben hier diese Einarbeitung vorne, die Bedieneinheit, wir haben hier Pioneer4U, das Logo, hier wieder diese Einheit. Hinten IPv5, die aktuelle Version. Wir haben hier auch wieder Spielelemente bei den Entgasungslöchern, die mit diesen hier eigentlich gleich sind. Was ich ein bisschen schade finde, Entschuldigung, und das sieht man hier eigentlich sehr gut, wenn man sie von hier oder aber auch von vorne anschaut, ich sehe sofort, wo der Akkudeckel ist. Diese zwei Linien hier, das passt eigentlich, weil da sieht man es nicht, dass hier der Akkudeckel ist, aber sobald es dann hier oben in diese Abrundung geht, sieht man das natürlich sehr gut. Das finde ich ein bisschen schade, hier so dieser Spalt, das müsste nicht sein. Hier geht es, aber sobald es dann nach hier geht, auch dann hier runter geht, sieht man sofort, wo der Akkudeckel ist. Da, das finde ich immer so ein bisschen, naja, müsste nicht sein. Das müsste wirklich nicht sein. Der SC-Chip ist eigentlich ganz einfach, ganz eine einfache Handhabung. Fünfmal Klick bin ich im Menü. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann wieder Feuerbutton, dann bin ich im Power-Mode, Feuerbutton, dann, äh, Plus-Button, bin ich im Joule-Mode. Joule-Mode ist der Temperatur-Modus. Dann kann ich Feuerbutton nehmen, dann kann ich auswählen zwischen Grad Celsius oder Fahrenheit. Ich nehme hier Celsius, Feuertaste bestätigen. Dann kann ich hier die Grad eingeben, 32 Grad, bestätige, welchen Drahtsort ich nehme. Nickel, Titan, Stainless Steel oder diese neue, oder die Verdampf, das dann rauskommt und schon rausgekommen ist. Der SC-Pure kann ich hier Nickel nehmen, sage ich mal, bestätige mit der Feuerpaste. Exit now, bestätige mit dem Plus-Taster und bin dann hier im Joule-Modus und kann hier wieder einstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich gehe in den Power-Modus. Ich kann hier verschiedene Vorspeicherungen machen, dann zuerst den Down-Button drücken, dann kann ich die Watt nach unten und dann nach oben einstellen, wie ich will. Ich gehe jetzt hier auf 60, bestätige mit dem Feuertaster und habe jetzt hier bei dem Speicher 3 60 Watt drin. Wenn ich jetzt nach oben gehe, kommt der Steicher 4 mit 76,4, Speicher 5 mit 100 Watt, Speicher 1 mit 10 Watt und habe hier so gewisse Voreinstellungen dann erledigt. Ja, viel mehr gibt es in der Letternsicht nicht zu sagen. Mir gefällt die Box persönlich sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen zurück in die Totale. Bis später. Ja, willkommen zurück in der Totale. Die Box ist schön. Ich finde sie schön. Ich finde die Haptik gut. Wenn ich das vergleiche mit der 4er, haben sie hier bei der Haptik nochmal einen riesen Fortschritt gemacht, weil hier schön abgerundet ist vorne und hinten ist schön abgerundet. Und dann liegt sie wirklich sehr gut in den Händen, egal ob ich das Display nach vorne oder so habe. Sie hält sich einfach gut in den Händen. Der Akkudeckel, naja, okay. Der hält hier nicht so gut, aber wenn man so sagt, ja, passt eigentlich. Diese Einkerbungen hier unten und auf dieser Seite, die stören nicht, wenn man sie hält. Das funktioniert. Der Button hat einen schönen Klickton, ist ein bisschen fester, ist nicht so leicht. Ich finde ihn gut, hat eine gute Grösse, finde ich. Auch die Up- und Downs-Button, das funktioniert sehr gut. Das Display finde ich sensationell. Das ist wirklich hell. Man sieht das hier nochmal. Ich zeige das extra nochmal. Das ist schön hell. Und, ja, hey, stochen scharf. Also, wirklich, wirklich gut, gut, gut gemacht. Mini-USB am richtigen Ort, Schnittstelle. Was will man mehr? Das Gewicht, ja, die hat schon ein Gewicht. Das ist schon, ja, die hat, doch, hat ein schwereres Gewicht. Das ist so. Die Farbe Schwarz gibt es in Silber, ich glaube Grau oder Weiss, ich weiss gar nicht. Oder Rot oder Blau, irgendetwas so, gibt es noch eine andere Farbe. Ich habe jetzt Silber entschieden. Silber, naja, man sieht hier jeden Fingerabdruck drauf. Das ist weniger geil. Ab 0,3 Ohm kann ich die ganze Range ausnützen. Unter 0,3 Ohm regelt sie selber ab. Das heisst, glaube ich, bei 0,1 Ohm oder 0,1 Ohm kommt man irgendwie bei 70, 80 Watt irgendwo daraus. Höher kann man dann nicht mehr gehen, weil der Chip automatisch abregelt. Die Menüführung ist einfach. Ich glaube, jeder kennt inzwischen einen Nihi-Chip, wie das geht. Ich habe es euch in den Details nicht gezeigt. Ja, also Menüführung ist wirklich gut. Wie gesagt, negativ, das Gewicht, es ist ein bisschen schwer. Der Akkudeckel hier oben, das ist ein bisschen schade. Der Akkudeckel, man sieht sofort, nämlich hier, diese Linie, die sieht man hier ja nicht, weil hier der Akkudeckel ist. Und das ist ein bisschen ein kleiner Spalt. Das ist ein bisschen schade. Auch hier sieht man diese Linie hier. Und dann sieht man sofort, wo der Akkudeckel ist. Und jetzt sieht man es eigentlich ganz gut. Hier, diese Spalt hier oben. Hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können, bin ich jetzt nicht so Fan. Sonst optisch, ich finde sie gerungen. Sieht ihnen so ein bisschen spacey aus, wie ein Raumschiff, fast. So, wenn man das hier so ansieht. Auch mit diesen Ausschnitten, unten auch. Diese Ausschnitte, ja, die ist gut gelöst. Verdammt, vorab ist jetzt jeder gepasst. Ist ein gefederter 15er, also von dem her gesehen, kein Problem. Ja. Und ich habe so das Gefühl, sie macht auch das, was sie tun soll, weil sie haut einfach schön raus. Von der Grösse her, wenn ihr die IPv4 habt, ja, wie gesagt, ist es ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger tief. Passt soweit, kein Problem. Ja, ich habe sie viel dabei, muss ich wirklich sagen, ich habe sie viel dabei, weil ich mit 22650 natürlich gut über den Tag komme. Je nachdem, wie viel Watt ich dampfe, aber eigentlich funktioniert das sehr gut. Sie fühlt sich wertig an, das ist auch noch zu erwähnen. Sie fühlt sich wirklich wertig an, das ist jetzt hier nicht irgendwie, wo man sagen muss, hey, das ist jetzt irgendwie billig oder sonst. Hier rüttelt auch nichts, das passt. Preis-Leistung, ich denke, das passt bei diesem Akkuträger. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen zu dieser IPv5. Bin gespannt, wenn die IPv6 herauskommt. Vielleicht kommt noch eine IPv5 Plus raus, man weiß ja nie, was denen im Osten alles so in den Sinn kommt. Ja, schönes Teil. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, lasst mir noch ein Abo da. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen runter, schreibt es mir in die Kommentare. Ich wünsche euch gut Dampf, bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Eta Wabedream. What a幸�. Tschüss. 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 Das war's.